Ja, so, Test, Test, Test. Und, ja, ich fand ein bisschen komisch, dass da so Bewertungen kamen, die so negativ waren. Das zeigt ja, dass viele sich extrem beleidigt fühlen, wenn man ihre Bundesligamannschaft besiegt. Das habe ich mir schon immer gedacht. Und das ist auch übrigens der Grund, warum ich keine Bundesligamannschaft so dringend nehmen wollte für den Karrieremodus. Weil halt alle wieder, sie hat meinen Verein besiegt gemacht und so Kommentare loslassen. Also, das will ich auch bei FIFA 13 gerne umgehen, indem ich da dann halt eine englische oder spanische Mannschaft nehme. Naja, das wollte ich nochmal kurz hier gesagt haben. Wenn ich weiß, und damit ich nicht noch weiter so viele Nachrichten bekomme, ihr schreibt mir so viele Nachrichten, ich kann das gar nicht alles beantworten. Wenn ich weiß, welche Mannschaft ich nehmen will, also ich euch vorschlage, also ich mache dann irgendwann einen Vorschlag und sage euch das. Ihr werdet das in meinem Kanal mitbekommen. Wenn ihr mich abonniert habt, dann seht ihr ja immer ein neues Video und dann seht ihr irgendwann ein Video, hier Vorschläge für FIFA 13 Karriere Mannschaft. Ne, sowas wird dann kommen oder so, keine Ahnung. Also einfach dabei bleiben und bis dahin braucht ihr mir keine Vorschläge machen. Ihr braucht mir auch keine Vorschläge machen für Spieler, die ich kaufen soll, weil ich bleibe bei diesen, die ich bis jetzt hier habe. Ich spiele mit Ingolstadt jetzt diese Saison so durch. Ich bin auf Platz 6 mit 31 Punkten und ja, Dortmund muss ich jetzt warm anziehen, weil ich kann an Dortmund vorbeiziehen. Ich kann mit Schalke gleich ziehen und dann geht es nach oben. Neun Punkte bis zur Meisterschaft. Naja, wir sind bei Spiel 18 und jetzt seht ihr 19 und 20 in diesem Part hier. Das erste Spiel ist gegen Nürnberg. Und ja, ich muss in Nürnberg ran, werde mal mein weißes, schönes Kleid anziehen. Weltklasse, ich habe auch, irgendwer hat auch gemeint im letzten Part, ich habe die Werte verändert von den Spielern. Aber ihr habt doch gesehen, ich habe doch alles so gelassen, was soll ich da machen? Manchmal passt das einfach bei FIFA. Wenn ihr FIFA oft spielt, merkt ihr das, manchmal passt das einfach. Dann läuft es gegen irgendeinen Gegner, läuft es extrem gut, man weiß nicht warum, aber es ist so. Klaas Müller, mein neuer Stürmer, kommt jetzt mal rein hier. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Leitl... Ach komm, nee, ich lasse die Ausstellung so. Das ist doch eigentlich... Ich weiß gar nicht mehr, wie die letzten Videos die Ausstellung war. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Niederlage, Niederlage, Niederlage. Das ist jetzt nichts gegen die Nürnberger Fans, aber das sollte eine ziemlich einfache Geschichte für mich sein. Nach meiner Erfolgsstory, die ich hier so hatte in der letzten Zeit. Oh, und da hatte der Agent Smith den Ball. Uuuuuh, Tor. Ja. Einlaufmusik von Nürnberg. 2011, 2012. Voll chillig. Bitte erheben Sie sich für die deutsche Nürnberger Hymne. Ich mag Nürnberger übrigens auf dem Grill. Diese kleinen Würstchen, die immer durchscheinen und dann in der Asche landen. Ja. So, Nürnberg, wo sind die eigentlich? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt. Ach, schön. Ich muss es irgendwann ein bisschen laufen lassen. Ich mag Musik. So, was machen wir denn jetzt? Erstmal die Strategie auf normal lassen. Ich habe übrigens das letzte Mal gestern, also einen Abend vor dem Video hier, FIFA gespielt. Das heißt, ich kann jetzt wieder nichts mehr. Oh mein Gott. Und da sieht man es auch schon. Schön. Sehr gut gemacht. Nehme ich so wahr. Nehme ich so mit. Ja, da vorne. Und er hat jetzt auch nochmal irgendein Abonnent gesagt, wenn mit LTRT kann ich einen Angriff abbrechen. Das muss ich auch mal testen. Also, dass der Spieler nicht ins Abseits durchrennt. Ah, schade. Ja, den habe ich. Den habe ich. Und den gebe ich natürlich auch gerne wieder zurück. Ist doch klar. Ich bin einfach human. Hä? Ein neuer FIFA-Bug. Er pfeift, aber es wird nichts gefiffen. Yeah, Basti. Oh ne. Komm, lauf durch. Ich beiß da. Hol die in dir noch. Ja. Ja, das war die falsche Richtung. Du musst nach links köpfen, Junge. Meine Güte. Muss ich denen hier alles noch beibringen und erklären. Der spielt hier unten zu dem. Ist ja klar. Ist ja auch eine gute Taktik. Macht man ja auch so. So. Jetzt. Rande. Rande. Yeah. Eisharabi. Und jetzt da oben. Oh, der war viel zu weit. Scheiße. Der ganze Angriff. Der ganze Konter. Alles schön Arsch. Weil ich wieder zu schnell machen wollte alles. Ah, die Fans. Wie sie feiern. Toll. Ich muss das mit hohen Pässen machen. Ich kann es nicht anders. Ich kann nichts anderes. Oh, das ist ja wohl wieder mal dreist hier. Schön. Meiner. Und ich muss mal wieder mehr Fernschüsse probieren. Jetzt zum Beispiel. Ah, das war viel zu außer Drehung raus. Da muss er ein bisschen freier sein. Aber ich habe es mal probiert. Ey, ihr glaubt mir nicht, was ich manchmal für geile Spiele mache, wenn ihr nicht zuguckt. Die paar Spiele, die ich da mal alleine mache. Das ist immer, wenn man diesen Aufnahmeknopf drückt. Dann passieren andere Sachen. Ja. Oh, warum denn auf den? Oh. Jetzt muss ich es wieder auf die pimmelige Art und Weise machen. Ja, der macht ein Dommes. Hey, oh. Oh, ihr auch. Es war ein Sweaty Goal oder Sweaty Goal oder wie ihr es sagt. Es wird ja S-W-E-A-T geschrieben. Aber irgendwie sagt man Sweaty Goal, wenn ich das richtig gehört habe, hat mir der Krieger neulich gesagt. Weil ich nämlich nur Sweaty Goals gemacht habe. Sweaty Goal. Ich nenne das Sweaty Goals. Sie sind einfach so süß. Für kleine Kinder. So, Basti, Basti, Teo, dann Teo, Te, 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 Teo. Ne, doch nicht. Komm und mach mich mal richtig froh. Teo, Teo. Das sollte der Torjubel sein, wenn er das Tor macht. Oh, Leute. Oh, den hatte ich so nice. Abseits. Not gonna happen. Oh, Mann. Oh, Mann. So, wieder beruhigen 1 zu 0 führe ich gegen Nürnberg, in Nürnberg und um Nürnberg herum Beister Doch nicht auf den Oh, da hat er den Ball noch Hat er noch durchgebracht Ich habe das aber hier außen gesehen und dann komme ich an mit David Alaba Und nochmal mit Alaba und jetzt hier Halbzeit oder, oder, oder nicht Oh, Beister Oh, jetzt muss ich mal was Gutes machen Scheiße, ich habe so lange überlegt Oh mein Gott, es ist noch heiß Es ist noch heiß, es ist nicht mehr heiß Ich muss einfach mal 2 zu 0 aufführen Scheiße Ich wollte irgendwas machen und ich wusste nicht, was ich machen sollte und dann habe ich Scheiße gemacht Ach, es ist immer das gleiche mit mir Mann, 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 Mann So, Leitl Oh Oh Ich kann heulen über mich Und ich sehe schon wieder Da werden wieder einige Kommentare kommen Und du kannst gar nichts Ja 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 Und noch ein Pass Wie geht das denn ab, ja Oh Mann, ich kann mich gerade gar nicht konzentrieren Ich bin gerade so hippelig Wie immer eigentlich Oh nein Was war das so ein Pass Ich dachte schon, der wollte gerade pfeifen Wie er freistoßt Oh, hallo Oh, ja, ich Am Ball so Und Er so An meinen Beinen Und so Ja, ich wusste es Ich wusste, dass ich ihn anschieße Oh Mann, der war frei Oh, nee, da lässt er den so durchflopfen Ich führe noch 1 zu 0 Aber das sieht hier nicht gut aus für mich Wenn ich so weiter Kacke baue Oh, sowas zum Beispiel Unnötig hoch 10 Alter, was macht der für geile Tricks Ja Nö Ich komme nicht an den Kackball ran Und jetzt hat er Jetzt hat er Er hat ihn Er hat ihn Oh Ja Okay Also Eswein kommt Ah Mein Silber-Bundesliga-Spieler Den ich in meinem Silber-Team habe Beister Roos Baddel rein Knastmühner rein Ah, ihr wolltet auch mal sehen Die Werte von den Spielern Fällt mir da ein Wenn ich es nicht vergesse Werde ich das in diesem Part mal noch machen für euch Ob sich da Werte verbessert haben Das interessiert auch immer sehr viele Dann sehen wir mal Wie sich das alles so verändert hat Im Laufe der Zeit Vor allem Knastmühner Das interessiert sehr viele Der wurde mir ja immer empfohlen Als bester Nachwuchsspieler da Der wird Der wird Der kommt Junge Setz den ein Der kommt Und der kam Sah Siegte Und traf Und Basti labert Immer mehr Mist Und deswegen jetzt mal wieder Spielkonzentrieren So, jetzt wollen wir nach vorne Komm Mach mich froh Und er kriegt halt diesen Einen Typen da vorne Oh man Da ist es Ach, es war klar 79. Minute Nürnberg ist back Back To future Verdammt Drei Punkte Also Das wären wir dann Wenn ich gewinnen würde Dann hätte ich neun Punkte In drei Spielen Ich weiß gar nicht wie es davor war Aber das wäre schon schön Wenn ich das noch irgendwie wieder retten kann Ich habe schon lange keine Chance mehr gehabt Ich hätte schon längst höher führen können Ich weiß Dann gehe ich hier einfach durch Ich marschiere Boah, doch nicht so Aber das ist doch bescheuert Ich wollte den doch links auf den da spielen Ah, links stand er frei Den wollte ich anspielen War doch klar, dass es abseits wird so Ähm 85. jetzt hier Offensiver Oder so Ja, danke Den Einwurf wollte ich auch haben So, jetzt komm Versau es nicht Oh Schiete Komm, jetzt mal ein anderer an der Ecke schießen Ist dann hier ein Linksfuß dabei Alaba natürlich Alaba mit der Ecke Oh 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 Nee Ah, naja Das war es Unentschieden gegen Nürnberg Wobei ich eigentlich Einen Sieg Hätte klar machen Müssen Und jetzt würde er abpfeifen in der Mitte Pass auf, pass auf, pass auf Jetzt Nicht Nicht Oh 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 Nee Das war es Mist Er hat mich aber nochmal gelassen Na ja 1 zu 1 gegen Nürnberg Was soll's Ein Punkt Auch wenn das wirklich gegen Bayern und gegen Schalke gewinnt man Aber gegen Nürnberg Verliert man Also Spielmann Unentschieden So Also Ich hab's noch nicht vergessen Ich guck jetzt mal nach den Werten Danach kommt übrigens Bremen dran Wo ging das nochmal Mannschaft Mannschaftsbericht war das glaube ich Ja So Smith Panera hat sich ein bisschen verbessert Scharabi hat sich um einen verbessert Hier kann man nochmal so gucken Ja Das ist schön Könnt ihr selber dann nochmal anhalten Wenn ihr das in Ruhe angucken wollt Leitner Yeah Yeah Meister Alles geht ab Theo Basti Yeah Keine Ahnung Von wann Von wann das jetzt zählt Ist das insgesamt von Anfang an von FIFA Also wo ich angefangen hab mit denen Ja Das waren alle Knastmühner Da Da hat sich jetzt nicht wirklich was verändert Aber der ist allgemein Ich glaub der war noch viel schlechter vorher Aber keine Ahnung Da könnt ihr ja nochmal den alten Parts nachgucken Krass Verweigert Wechsel von Hernandez Haha Stimmt der spielt ja da schon ein paar Jahre Also der spielt seit letzter Saison da irgendwie Irgendwas war da Oh jetzt Bremen und im nächsten Part dann Hamburg Das wird die norddeutsche Gegnerschaft hier Jetzt muss ich erstmal meine Aufstellung einstellen Irgendwer rennt hier in der Wohnung rum Völlig am irritieren Klaas Müller kommt jetzt wieder in den Sturm Das reicht mir jetzt hier mit Da Für wen hatte ich den dann immer hingemacht So Ist mir egal Der kommt da einfach rein Weil er es kann So den Rest lass ich so Passt schon Wagner Trinks Gut hier Rest Stimmt Das ist sehr geil Basti 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 fett hin Okay Bremen Einlaufmusik Ja okay Nee ich spring jetzt mal Sonst würde das Video auch viel zu lang Und das hat ein bisschen zu ruhig angefangen Sonst hätte ich es eingelassen vielleicht Nichts gegen die Bremer Hymne Ah lauf doch weiter Basti Lauf Lauf Hol 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 das Bächen Hol Oh Millimeter Millimeter vorbei Am Glück Boah das war doch auch schon wieder meiner Wer da Und jetzt da unten Yeah Den wollte ich anspielen Knass Müller Und der dauert zu lange mit der Flanke Oh Das habe ich mir ein wenig anders vorgestellt Aber das war die erste Die erste gute Chance Für mich Mit einem Team Komm Komm schon Baby Ja Basti Basti Lauf Leute Und da oben kommt der Der Win Ach den hatte ich doch mal im Sturm drin Den Win Krass Wie einfach der den Ball abnimmt Ich glaube es nicht Oh mein Gott Alaba Basti Aus der Drehung Nicht ganz Diesmal schieße ich wieder die Ecke Und ich schieße sie scheiße Hä 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 he hä hä º Ahjahâh s ich könnte es ewig hören ich weiß auch nicht ja, ihr biegt schon da gut und jetzt geht es weiter 1 zu 0 gegen Bremen, bitte die Bremer Fans jetzt nicht verzagen freut euch, dass ich mal auch mal hier führe, bis jetzt hat ja Bremen hier noch nicht wirklich viel auf die Reihe gekriegt, das muss man ja auch mal sagen so aber jetzt muss ich hier hinten so ein bisschen jetzt muss ich aufpassen schön Alaba aber Ecke Ecke ist, ich hasse Ecken ich hasse es Ecken zu bekommen und ich hasse Ecken zu haben weil es immer schlecht für mich ist ja komm oh ne, was macht denn Wind da meine Güte, der will mir doch hier einen Herzinfarkt geben oder was so, jetzt Alaba du bist heute echt gut drauf, habe ich das Gefühl Alaba so, was machen wir jetzt? was machen wir, was doof ist vielleicht? der Gerät rausholen nein, 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 nein nein oh, das war ganz, ganz doof oh man, oh man, oh man, die Mitte ist offen, die Mitte ist offen nee, doch mal ran an den Ball oh, jetzt müssen wir Freistoß oder auch nicht ja, und das war's oh, jetzt war Bremen aber wirklich ganz gut am Kommen so, und jetzt beißt er, komm jetzt müssen wir hier mal Gas geben nach vorne nein, oh, das gibt's doch nicht wie kann man denn so'n Ball vergeben da hab ich auch mal das gemacht was ich mir auch als Tipp gibt immer mach hier dreimal Flanke, flache Flanke und so hat in dem Fall jetzt nicht wirklich was gebracht ich hätte vielleicht auch einfach selber draufschießen können ich hätte alles andere machen können, nur nicht das S.V.W. oder Bremen ja, ja, nee lieferkackens also, Bremen ist natürlich immer noch brandbefährlich und jetzt ist gleich Halbzeit ich muss jetzt nur diese Ecke überstehen Da kann auch abpfeifen eigentlich der Schiri, weil, was bringt das? Was bringt das? Das jetzt noch ausführen zu lassen Steht auf, wenn ihr Prämer seid, steht auf, los, ich will jetzt, dass ihr aufsteht, Prämer, los, ihr müsst das auch machen jetzt, aufsteht, los Wenn ihr Prämer seid Und ich stehe auf, wenn ich Meister bin Ey, dann lassen die hier 10 Minuten nachspielen und eigentlich kriegen wir am Ende noch einen Nein, oh Heidzeit erstmal 1 zu 0 Führung, wieder mal knapp wieder mal unverdient für mich, nein, obwohl ich finde schon verdient Ich habe meine Chance genutzt, die ich hatte hätte noch einen Treffer mehr machen können Aber mit solchen Pässen werde ich nicht Meister Gut, ich will auch gar nicht von der Meisterschaft sprechen muss ich ganz ehrlich sagen, aber das wäre das wäre der Megatraum Das wäre mein absoluter Megatraum hier noch Meister zu werden Ich glaube, also ich weiß nicht wie ich die Hütte dann zusammenschreien würde Das wäre, glaube ich, übelst Party Oh Mann, Wagner, Wagner Oh, einmal Wagner, immer Wagner Trinks Ecke, äh, Elfmeter, Elfmeter Oder war es noch? Ne, es ist ein Elfmeter Ja, gib nicht zu Da war ich ein bisschen zu hart rangegangen Ja Das war Lack Das war übelst Lack Komm, wir mal einen Elfmeter Hey, wie lang braucht der denn den Ball zu brauchen? So, dann jetzt erstmal ruhiger Spieler aufbauen Wir müssen hier wieder Ballbesicherheit aufbauen Und vielleicht auch mal einen Spieler auswechseln Weil alle im Arsch sind Ah, ich mach mal hier Metzel da rein Und, ähm Dann hole ich mal den Theo aus dem Kasten Für Beister In den Kasten Oh, komm Kein Abseits Aber habt doch noch den Ball, ey, Junge Och Mann Der wäre so schön frei gewesen Aber man kann ja mal wieder nicht alles haben Am Ende hat man nichts Ja, danke, danke, danke Aber ich müsste jetzt mal nochmal Gas geben Also so ein 2 zu 0 muss jetzt irgendwie mal kommen So, 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 so Ich wusel viel zu viel rum vorm Tor Ich weiß So bin ich So ist das mit mir Ah, und so geht er drüber Yeah, 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 yeah Wie er anklatscht 70. Minute Fritz Kommt für Jung Ein alter für Jung Fritz ist auch schon ein paar Jährchen alt, glaube ich Der ist halt schon 30 auf dem Buckel Wenn ich mich nicht täusche Und das war ein Foul Das war ja mal sowas von ein Foul Und das scheißt der Vietzrichter nicht Komm, ich zeig dir mal ein Foul hier I hate Fairplay Jetzt geht's mit dir nach vorne So Ja Nein Was war das denn für eine Aktion mal wieder Werder drängt jetzt sowas von Und ich renne durch den Ball durch Ich renne einfach halt durch Jetzt aber Win Der klärt diese Situation Oh Und dann ist da keiner am Start Ja, und dann Dann kriegst du halt Den Treffer wieder mal Am Ende des Spiels Ja Es ist doch zum Kotzen Was soll denn das? Maximaloffensiv jetzt Jetzt Will ich's wissen Jetzt will ich's wissen Doch nicht da hin Was soll denn diese Kacke? Bin doch nicht blöd Oh, komm, 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 komm Irgendwas habe ich freigeschaltet Keine Ahnung Irgendwas mit Sprung Und Flüge Ich kann fliegen jetzt Auf dem Platz Ja, ja, ja Nein Oh, 90 plus 1 Macht 91 Oh, da pfeift der ab Ach, schon wieder 1,1 Komm, auf 9 Was war denn das für eine Endphase hier? Habe ich ja auch schon lange nicht mehr erlebt Meine Güte Zweimal 1 zu 1 Das wollte ich so nicht Das habe ich mir anders vorgestellt Mist Fuck Zwei Punkte Zwei Punkte Und dann ist man halt Oh, Mann 33 Punkte Habt ihr es gerade gesehen? So, Tabelle Also, ich bin noch gerade so auf Platz 6 Aber das kann sich ganz schnell wieder ändern Also, nächsten Part auf jeden Fall Hamburg Und mal gucken, ob ich dann wieder 2 mache oder nicht Werden wir dann sehen Ich danke euch fürs Zuschauen Bis dann, euer Basti Ciao Ja Bis dann, euer Basti 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 Bis dann, euer Basti